so sehen wir wieder und gleich weiter mit dem nächsten der nächsten geschichte was zeit für irgendwas als auch mal wieder so es gibt eine Zahnzusatzversicherung mit drin hast du das gehört Jimmy da drin ist irgendwas los ach könnte das wohl sein Louis ich weiß es nicht Nein, nicht unsere Brücke! Wie sollen wir jetzt da rüberkommen? Was ist das neben mir? Ah, Konstan zieht schon wieder. Hopp! Ah ja, wir kommen ja schon noch zu euch. Das ist kein Problem, ey. Anscheinend muss ich einen dieser Narren dazu bringen, das zu machen. Hoffentlich habe ich das nicht laut gesagt. So, mal schauen. Was gibt's denn hier? Nichts. Kannst du sowas? Okay. Hat der nicht mehr im Kopf das ganze Leben Feuer beherrscht? Meine war ja nur so ein, weiß ich was, Zauberer. 739... Kann er fliegen? Natürlich kann ich nicht fliegen. Oder brauchen wir... Nanananananana Batman! Übrigens! So, Moment, Mann. Wir machen das. Kann ich hier keine Fotos machen? Schade. Müssen wir ja das außerhalb machen. Na gut. Captain Code ist bereit für eine weitere frostige Begegnung. Nichts. Na genau, wo geht's? Hui! Gegen mich habt ihr absolut keine Chance. Schneeball! Ich mach aus Ihnen auch einen Schneemann! We kill her first! Das ist ja cool! Gute Frau! Wir halten Sie Abstand! Ich muss hier etwas sprengen. Tada! Danke. So, hier bauen wir Live Fire zum Beispiel. Live Fire ist voll wieder auf Sendung! So, hier oben! Hm. Ich hab das Gefühl, ich mache schon wieder irgendwas viel zu schnell. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Naja. Ähm. Oh. Das war die Alarmhandlage. Huch. 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 Wofür ist das? Oh. Ah. Ja. Doppeltes Geblitze. Amazing. So. Jemand, der fliegen kann schnell. Okay. Können wir jetzt hier irgendwelche Leute holen? Vielleicht? Kann ich einfach so noch holen? Vielen Dank. Geht einfacher. Oh nein! Aha. Keine Gedankenkontrolle. Muss ich selber zusammenbauen. Nice. Unsere Idioten sind da. Na dann kommt raus. Ja. Macht ihr gut. Macht ihr super. Macht ihr perfekt. Ja. Ja. Aufstehung. Bücke. Danke. Sehr gut. Ja. 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 Jetzt machst du so eine blöde Glocke. Ich mach die nicht. Ach, wir holen Grundy hier raus, glaub ich. Irgendwie sowas war da noch. Ja. Wir sehen. So. Nun bauen wir hier noch äh, Dingens. Batman. Oh. Und dann zum Beispiel mich. Ich muss natürlich auch noch alles zerstören. Geh mal weg. Ist alles kaputt? Natürlich nicht. Nee, ich werde so. Ich verwandel's nie mit anderes. Bevor ich das wieder vergesse, will ich jetzt da oben hin. So. Was? Äh. Was? 7, 9, 3, 1, 8. Okay. Irgendwie ist hier sonst nix. Hier vielleicht. Kann sich die Kamera vielleicht wieder umdrehen? Wäre ja cool. Muss aber nicht. Ist okay. Kann auch einfach schlecht bleiben. Ah. Elektro Baseball. Komm. Komm da rüber. Achso. Ja, stimmt. Da war ja was. Ähm. 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 ich bin jetzt schon ja Oh ja! Nein! Warte! Vorher irgendwas gemacht hab. Was noch schön zerstören. Okay, wir können gehen. Nee, wir konnten nicht gehen. Wie blöd bin ich denn? Nein! Da rechts war doch noch ganz viel zu tun. Da rechts war ganz, ganz viel zu tun. Ich bin so blöd. Oh, Alter. Ja, ey. Da. Nimm die blöden Dinger. Muffins, was auch immer ihr rumschmeißt. Kann ich noch zurückgehen? Ich soll das benutzen? Ich kann leider nicht zaubern. Warum nicht? Warum kannst du ja nicht zaubern? Okay, interessant. Okay. Gut, hier und Mr. Frosty Frost. Kannst du es wagen, mich darüber zu schubsen? Nicht jetzt. Jo. Das ist ein hässlicher Schneemann jetzt. Unglaublich. Okay, mitten drin. Das ist jetzt Joker. Oh, was brauche ich denn noch? Ja, das Ding von da drüben. Hier schenkt. Ist der andere? Ist da noch jemand? Nicht. Und dann kann ich hier rüber. Oh, das war da oben. Egal. Ich nehme das Zeug sehr gerne. Geschenk. Jetzt lasse ich mich mischen. Ihr müsst alle lachen. So schön. Ich glaube, war ich feierbar und mir momentan gar nicht. Ja, 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 ja. Wirken ihn gleich auf. Gleich, gleich, gleich. Ähm. Möchtet ihr gerne? Äh, grunnen die. Klingt hier nicht schlimm. So, ich mache das trotzdem jetzt nochmal geschnürt kaputt hier unten. Das ist kein Problem für Clayface. Ist es nicht? Er redet jetzt aber von Kuli, oder? Weil sonst ist es schon ein bisschen ein Problem. Ähm. Der hat sogar, glaube ich, so. Irgendwas Explosives. Nice. Gut, ich bin jetzt wieder zurück. Unglaublich. Nervt doch nicht. Okay, nee. Ähm. Eine fliegende. Eine fliegende Sir, denn ich weiß die gerade nicht, wo ich doch was. Hier war ich nachher, glaube ich. Ein bisschen sauer. Okay, ich komme hier sogar mit dem Hoch. Nee. Kommt nicht. Tschö, 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 tschö. Jo, mach mir jetzt fein mit Schurkäßen. Ach, okay. Plup. Und plup. Oh, das sind nicht alles Chilis. Okay. Warte mal, kann ich hier runterlaufen? Ich kann hier runterlaufen. Ich kann hier runterlaufen. Wie kam ich denn da hoch? Achso. Wie kam ich denn da vorhin hoch? Oh, Black Canary. Hey. Und diese. Und eine Spray-Machine. Wunderschöne Spray. Tschö. 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 Und jetzt. Ich hier rüber, kann ich darüber irgendwie... Hm. Darin sollte ich auch irgendwie kommen, oder nicht? Guten Tag! Heißt, guck mal, nice... Hihihi, okay. Äh... Okay, ich geh mal mit ihm links aus... Weiß? Gibt's Weiß? Achso! Achso, ja jetzt seh ich's. Okay. Ich muss sie kombinieren. Hey! Boah! Erfolgreich bei seinen Unternehmungen! Mamo! Mach nio! Oh, ein bisschen stutz, okay. Oh, schön. Schade. Echt taktlos von dir. Gut, wo ist Mr. Frosty Frost? Was mit da nicht reinkommen? Hm, das sind Kuketiden. Seh's schon, ne Schee's schon. Vier von fünf. Na gut, wo ist denn das letzte? Ah, da oben. Es rotiert. Ich bin so süßIGGELT. Weg in. Ich nehme das an! Im Namen aller Batman Gegner auf der Welt! Hey Harley! Ich habe's geschafft! Nyaaa! Wär! Bordig! kling kling aufwachen aufwachen schön ja ist das gut klingel 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 so Dupdp, 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 dupdp. Nyaaaii. Nyaaaii. Yooo! Was? Das sollte ich doch hinkriegen. Nicht, aber Leiffeuer. So, okay, jeder hat seine eigene Stärke. Hey! Oh. Handale! Exit finde ich gut, ja. Hier mein Exit. Sieht gut aus. Oh nein, oh, jetzt kommen wir wieder zu dem. Nein! Das ist so ein Paar, den habe ich nicht gerne gemacht. Das war überhaupt nicht anstrengend und so. Nicht, dass ich noch irgendwas wusste davon, aber ja. Kann ich mal schnell eine Ahnung, den wir haben. Aber zum Rumfliegen. Ach ja. Da kommt vorher raus. Okay. Okay, okay, okay. Die. Hä? Äh! Äh! Guck mich nicht runterschubsen. Ich kann es liegen. Darf ich gar nicht durch, oder wie? Im Ernst? Ey, das ist Kimmikos. Ich kann fliegen. Idiot. Du willst mich unbedingt, oder? Nein, genug. Sehr gut. Weiter. Weiter. Weiter Bomben. Was ist denn mit dir? Du willst ja nicht kämpfen. Geh weg. Ach, verdammt. Was ist denn jetzt das andere Ding? Wo wir offen hatten. Oh, da ist er. Kommt er gleich wieder raus. Nein, komm. Nein, komm. Aua. Mama. Hat mir wehgetan. Okay. Okay. Ich habe nichts getan. Ich habe das Gefühl, hier in der Sequenz gibt es halt auch irgendwas zum Abschießen. Oh, da hinten gibt es was. Ähm, ja. Oh ja. Ach ja, jetzt kommen die Koblenz noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das haben wir schon zwei von drei gemacht. Was heißt denn noch? Noch da hinten? Fliegen, fliegen. Hilfe.